Jo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft Wage Mode zusammen mit dem Kurios, Nils hat die Fresse. Wir spielen heute eine Runde Wage Mode auf dem GOMA-DEPOK-NETZ. Und ich habe schon einen Kill. Ja, ich auch, aber ich bin auch direkt damit gestorben. Ich habe gar nicht gesehen, dass jemand steht. Hinter dir. Echt? Ja. Was war hinter dir? Ja, jetzt war mir fast klar, dass du mal hinter mir warst. Ja. Boah, Leute, ihr wisst gar nicht, wie schwer es ist, in Rage Mode zu kommentieren. Wir hatten es vorher noch darüber. Ja. Und? Nein. Jetzt sind schon vier Kills. Äh, frag mich nicht. Bin gerade selber aber zu, äh, rascht. Sch***, wenn ich. Nein. Hab dich. Hätte zuschlagen sollen. Wollte aber zum Bogen switchen. Oh. Du Armer. Ja. Und wir haben es beide. Ich finde, dass mit dem Schwert, wenn man mit dem Schwert One-Hit macht, dann passiert es so oft, dass man sich gegenseitig einfach gleichzeitig killt. Wie, da bin ich denn? Ich bin Erster. 13 Emeralds? Oder Emeralds? Emeralds. Ups. Da habe ich dich wohl getroffen. Ach, ich, ich, ich muss dich jetzt jagen. Er macht das. Okay, da kommt's. Hi. Ich hatte sowieso keine große Arten. Das ist der Weihnachtsmann. Nein, den darf ich nicht töten, dann kriege ich keine Weihnachtsgeschenke. Nein, ich bin schon wieder tot. Ich töte ihn. Die Runde kann ich nicht gewinnen. Okay. Lass mich in Ruhe. Schwert. Nein, ich bin an der Leiter hängen geblieben. So. Jetzt habe ich eine Axt. Lol, wenn man mit dem Schwert abwehrt, kann eine Axt einem nichts antun, habe ich gerade gemerkt. Oh, 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 Leute. Gewonnen? Gewonnen? Nee, Gottes Licht. Scheiße. Ich brauch' noch ein paar. Okay, warte, 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 warte. Die hole ich mir auch noch. Die letzten Kills. Habe ich noch eine Axt? Ja, habe ich. Nein, er hat Speed. Okay, 23. Trotzdem habe ich noch. Oder? Ich such dich die ganze Zeit, aber... Ich hatte eine Axt. Leute, dadurch, dass die Runde nur 5 Minuten geht, würde ich mal sagen, wir machen noch eine. Und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, da sind wir wieder in der zweiten Runde. Die werden wir jetzt natürlich genauso easy reißen wie die Runde davor. Und First Blood, First Blood, easy. Oder, war das überhaupt hinter dir? Ich verfolge dich. Oh Gott, hatte ich schlecht geworfen. Ja, nein! Okay, hab dich noch willkommen. Okay, den habe ich auch. Wieder eine Axt, wieder vom Deich Mädchen. Mann, ich hasse diese Leaksplar Panda. Ich hätte mich schon zweimal mit der Axt getroffen. Ich drück die ganze Zeit F, Leute, weil Rangemode ist ja so, Mann! Call of Duty like und Call of Duty müssen wir F drücken, um zu respawnen. Deswegen war ich das in Minecraft auch die ganze Zeit. Ich habe 13. Ich habe das Mädchen. Weißt du, mit der Axt? Ne, mit dem... Oh Gott, sie hat Speed. Sie hat Speed! Ey, wie die da rumrennen, so richtig... Hab sie! Oh mein Gott! Mit dem Speed mit dem Messer geschlagen. Das wäre mir jetzt peinlich an deiner Stelle. Das wäre die perfekte Aufnahme. Ja, ich bekomme 10.000 Exterbe und du... Wie viele Exterbe hast du schon abbekommen? Ja, ich glaube noch gar keine. Nein, ich bin tot. Egal, 23 trotzdem. Okay, wo bist du? Warte, noch ein Kill. Okay, den musst du von mir... Also... Nein, ich bin tot! Egal, komm, 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 noch ein Kill. Das Panda-Girl, das macht mir Angst. Weil guck mal, die ist genauso weit wie ich. Ja, okay. Aber erstmal muss ich dich kill, ne? Ja, mach du. Lass dir Zeit. Nein! Ja! Oh nee! Das war halt einfach die perfekte Aufnahme. Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, lasst mal ein Abo da. Abonniert, kurios, auch mal. Ganz cooler Typ. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss! Tschüss!